So, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch und die neue Map... Ups, äh, Paris ist live und die werden wir heute spülen. Willkommen in Paris. Ja, herzlich willkommen, ne? So, erzähl dir irgendjemanden, der Pariser ist. Widowmaker ist doch Französin, ne? Ach, scheiße, die kann ich aber nicht spielen. Egal. Ähm, dahin. Sehr schön, Alter, das ist ja... Genau da wollte ich's haben. Genau da. Krass. Wo kommen sie denn? Da hinten. Ui, da ist schon Affe vorbeigeflogen. Da komm ich noch mit seinem Schild kaputt. Easy, Alter. Okay, da ist ein Bastion, der könnte gefährlich werden. Deswegen sollten wir es ihm erst gar nicht gestatten, gefährlich zu werden. Oh, die kommen jetzt nicht so wirklich durch hier halt irgendwie. Ich kann die smipen. Oh Gott. What, der hat schon schnell in der Ult? Der Junkrat? Ist ja krank. Und hat einen Kill damit gemacht. Ist ja krank. Oh Gott, da ist eine Mäurer gestorben. Ah, ne, Junkrat. Unser Junkrat ist gestorben. Was? Oh Gott. Der Tief war doch absolut Pro. Brauch Heilung. Ich bin so ein Pro-Player mit der Frau hier. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Besten. Ui. So. Okay, der Bastion ist tot. Schade. Ja, bisher nicht so krass ist das, aber dafür, dass ich sie absolut nicht spielen kann eigentlich, ist vollkommen okay. Was will der denn da jetzt? Ach nö. Ist nicht wahr. Ich weiß auch nicht. Komm her. Ich krieg dich. Nichts. Scheiße. Ui, das ist mies. Also klar, so ein Handzuhl ist nicht der schlechteste Sniper, aber trotzdem. Hatte ich gehofft, dass ich ihn kille. Statt andersrum. Ähm, okay. Bitte noch einen Kill machen. Das ist aber enttäuschend hier. Ja, den hab ich noch gemacht, oder? Ich glaub schon. Ich hab keine Ahnung. Egal. Wir sind gleich in der nächsten Runde. So, wir spielen jetzt noch eine kleine Runde als McCree. Klar, wie man ihn französisch aussprechen soll, aber... Ja, ne? McCree halt. So. Äh, die machen die gleiche Taktik wie die gerade. Und die haben den Bastion. Ist echt ekelhaft. Ja. Und wie genau soll man da jetzt durchkommen? Einmal rüber. Sehr schön. Oh Gott. Danke. Autsch. Okay. Aber wir müssen uns schon mal ein bisschen zurückgedrängt. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht dafür, dass die eine Risa und einen Bastion haben. Also ziemlich das... Also... Oh Gott. Ich kann nicht reden. Also so ziemlich das ekelhafteste Team, das es gibt. Und diese Möwen. Hahaha. Äh, Tauben war ich natürlich. Okay. Ja. Das sind, äh, die Tauben der etwas anderen Art. Ach ja, was soll man nur machen? Was soll man dagegen bitte machen? Was? Was soll man machen? Auto zu sterben. Okay. Okay, wir sind dran. So. Okay, sehr gut. Wir haben das geschafft, lol. Verstehe ich gar nicht. Wo ist er? Oh Gott. So. Autsch. Okay, er ist tot der Westen. Sehr schön. Wunderbar. Verstehe ich euch in meiner Wille. So. Wer will da wessen Kraft spüren? Ah, fuck. Oh, hier ist niemand. Nein, hier ist ja gar keiner. Oh, Gott sei Dank. Noch halbwegs gerettet wenigstens. Ja, sehr schön. Sieht gut aus. Was? Ja, sehr schön. Sieht gut aus. Oh, das ist gerade mies und kämpft die ganze Zeit. Oh. Autsch. Na, komm. Fuck. Meine Train war noch nicht ready. Ach, komm, Alter. Ich bin auch echt die ganze Zeit hier mit Sterben beschäftigt. Meine Stats sind ja absolut lächerlich. Okay, wir müssen unseren Angriff jetzt ein bisschen koordinieren. Damit das Ganze noch was wird. Danke. Da geht aber auch echt kein Damage, ne? Das ist unfassbar. Kann man da außen rum gehen? Geht das? Ja, geht. Wunderbar. Sehr schön, der ist auch tot. Okay, auch tot. Ja, wunderbar. Jetzt wird es was, oder? Jawohl. Sehr schön. Und am Ende haben wir noch ein bisschen etwas besser gespielt. Und wir können sogar noch zwei Lootboxen öffnen. Und Nummer uno. Das ist jetzt wieder ein normaler, glaube ich. Das ist eventuell vorbei. Okay, ja. Coinspray. Entschlossen. Ich finde das cool. Das lasse ich da. Das tut mir leid. Okay. So. Nächster. Ja, spektakulär, ne? Oh, das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus. Das ist jetzt... Ne, das ist cooler. Skin ist nicht schlecht, ja. Und der sieht auch cool aus. What the... Na, ich lasse mal so. Okay. Dann bitte ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns bei demnächst mal wieder. Bis dann. Haut rein. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020